Hallo, hier ist Steffen Dietrich von Rhöntravel. Am Wochenende durfte ich vom Autohaus Streit aus Ostheim den Atika Cupra testen. Cupra ist neuerdings die eigenständige Sportwagenmarke von Seat. Unser Atika Cupra ist ein Benziner mit 300 PS und mit einem 7-Gang-DSG-Getriebe sowie Allradantrieb ausgerüstet. Zur weiteren Top-Ausstattung gehören eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, gut geformte Sportsitze, ein großes digitales Cockpit in exklusiver Cupra-Ansicht, bei dem man die Anzeigen auch individuell ändern kann, ein großes Navi, 19 Zoll Räder aus Aluminium, LED-Scheinwerfer, ein großes Glas-Panoramaschiebedarf und natürlich den pulsierenden Start-Stop-Knopf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Cupra-Drive-Modus kommt richtig Freude auf. Der Cupra geht jetzt erst richtig sportlich los und das Schalten mit dem Lenkrad-Paddle macht richtig Spaß. Der Sound ist sportlich, wirkt aber nie aufträglich. Ich muss nicht nach außen gestrahlen können. Ich muss nicht nach außen gestrahlen können. Ich muss nicht nach außen gestrahlen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Leider ist unsere Testfahrt durch die Rhön auch schon zu Ende. Wir hoffen, wir können euch ein wenig begeistern. Bis demnächst, euer Steffen von Rhöntreffel.